James, sagte Lord William Beaverbrook zu seinem Butler, lassen Sie den Rolls-Royce vorfahren. Verzeihung, my Lord, erwiderte der Butler, aber my lady ist mit dem Rolls-Royce in die Stadt gefahren. Dann den kleinen Austin. Unmöglich, my Lord, den hat Miss Margaret und Mr. John hat ihr Fahrrad genommen. Ja dann, seufzte Lord Beaverbrook, bringen Sie mir meine Pantoffeln, wenn niemand sie gerade benutzt. Ja dann, seufzte Lord Beaverbrook.